Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Testbericht für www.funkkopfhörer-infos.de. Ich habe vor einigen Tagen ja bereits den Sony ZX-770BN getestet und heute habe ich hier den E55BT von GBL für euch. Das ist deswegen interessant, da der GBL Kopfhörer ungefähr genauso viel kostet wie der Sony. Deswegen ist das Ganze auch einen Vergleich wert. Den Kopfhörer seht ihr hier und es handelt sich dabei um einen Bluetooth Kopfhörer, der auch per Klingekabel angeschlossen werden kann. Hier vorne haben wir fünf Symbole und diese Symbole sind auf der Rückseite erklärt, deswegen schaue ich mir jetzt auch direkt die Rückseite an. Hier seht ihr den Kopfhörer und da haben wir das erste Symbol, das steht für JBL Signatur Sound. Darunter haben wir hier zwei kleine Smartphones. Dieses Symbol steht dafür, dass ein nahtloses Umschalten zwischen Geräten möglich ist. Als nächstes haben wir hier 20 Stunden Akkulaufzeit und dieser Stoff hier ist der Hinweis, dass der Kopfbügel hier oben mit Stoff überzogen ist. Das fünfte Symbol, das eigentlich vorne auf der Packung ist, das fehlt jetzt hier. Das ist ein Mikrofon gewesen und das heißt eben, dass hier ein Mikrofon im Kopfhörer integriert ist. Also ihr könnt mit diesem Kopfhörer auch telefonieren. Des Weiteren hat der Kopfhörer einen Frequenzgang von 20 Hertz bis 20 Kilo Hertz und die Ohrmuscheln bzw. die Lautsprecher in den Ohrmuscheln haben einen Durchmesser von 50 mm. Außerdem kann der Kopfhörer per Klinkekabel angeschlossen werden und das Klinkekabel ist im Lieferumfang enthalten. Jetzt schauen wir uns nochmal diese Seite hier an. Da seht ihr nämlich die Fernbedienung im Klinkekabel. Die hat einen Knopf und darüber könnt ihr eben die Lautstärke verändern. Ihr könnt Play-Pause machen, einen Anruf annehmen, ihr könnt vorspringen und zurückspringen. Aber das schauen wir uns später noch im Detail genau an. Das war es jetzt von der Verpackung und im nächsten Schritt schauen wir uns an, was hier alles im Lieferumfang enthalten ist. Dazu ziehe ich den Karton hier heraus und öffne ihn und hier oben drin haben wir direkt einmal den Kopfhörer in so einem Plastik-Inlay und in diesem zweiten Karton hier befindet sich dann das Zubehör. Im ersten Schritt schaue ich mir das Zubehör jetzt an. Da haben wir folgende Dinge. Zuerst einmal haben wir hier wieder verschiedene Infozettel und die Anleitung und des weiteren haben wir dann hier noch zwei Kabel. Das ist einmal ein Ladekabel. Das ist dieses orangene hier. Das hat einen Micro-USB-Stecker. Der kommt in den Kopfhörer und das andere Ende kommt dann in den Computer oder einen USB-Steckdosenadapter und so wird der Kopfhörer eben aufgeladen. Als nächstes haben wir dann hier noch ein Klinkekabel mit Fernbedienung. Diese Fernbedienung hat ein Knopf. Welche Funktion diese Fernbedienung hat, das erfahrt ihr im Laufe des Testartikels noch im Detail. Jetzt schauen wir uns aber den Kopfhörer an. Den haben wir hier in diesem Plastik-Inlay und zuallererst einmal muss ich ihn von den Drähten auf der Rückseite befreien. Das hier ist der Kopfhörer und den nehme ich jetzt hier heraus. Zuallererst einmal drehe ich ihn, dass ihr ihn zuerst einmal kurz seht. Auf mich persönlich macht der Kopfhörer jetzt einen wirklich guten Eindruck und er wirkt edel, solide verarbeitet. Wie gesagt, das ist der erste Eindruck, den ich jetzt hier habe. Der Kopfhörer ist faltbar. Der hat hier solche Gelenke und die könnt ihr einfach die Ohrmuschel nehmen hier und einklappen. Dann lässt er sich zusammenfalten. Das ist besonders nützlich für den Transport. Der Kopfhörer ist höhenverstellbar. Das seht ihr hier. Also ihr könnt hier das rausziehen und dieser Bügel hier ist metallverstärkt. Die Ohrpolster befinden sich an Gelenken, die eine horizontale und vertikale Anpassung erlauben. Das heißt, ihr seht hier, die Gelenke lassen sich drehen und die lassen sich auch um 90 Grad drehen. Also so. Des Weiteren gibt es hier noch so ein Gelenk. Also die Ohrmuschel lässt sich auch so bewegen und dadurch habt ihr halt eine optimale Anpassung an die Kopfform. Der Kopfbügel hier ist mit so einem Stoff überzogen. Sieht gut aus, fühlt sich gut an, aber gepolstert ist hier leider nichts. Jetzt schauen wir uns die Bedienelemente an. An der linken Ohrmuschel haben wir zuerst einmal eine Ladebuchse zum Aufladen und an der rechten Ohrmuschel haben wir hier oben einmal einen An- und Ausschalter. Dann haben wir drei Knöpfe hier. Plus, Minus und in der Mitte noch einen. Was diese Knöpfe genau machen. Darauf werde ich später noch im Detail eingehen. Hier unten haben wir dann einen Klinke-Anschluss, ein Mikrofon und noch einen Knopf mit einem Bluetooth-Logo, der ist vermutlich dazu da, den Pairing-Vorgang einzuleiten. Dazu gibt es später aber auch mehr. Die Ohrmuscheln hier sind schön weich und mit einem Kunstleder überzogen. Das fühlt sich gut an und das ist sicherlich sehr angenehm auf den Ohren. Und das war es jetzt hier eigentlich schon vom Lieferumfang. Ich drehe jetzt noch mal kurz den Kopfhörer, dass ihr diesen seht. Und ich werde diesen Kopfhörer jetzt tragen, um den Tragekomfort zu bewerten. Ich werde mir damit Musik anhören, damit ich die Tonqualität bewerten kann. Und dies und mehr gibt es jetzt eben im Anschluss und im Laufe dieses Testvideos. Im ersten Schritt muss der Kopfhörer zunächst einmal aufgeladen werden. Der JBL E55BT hat einen integrierten Akku, welcher über den Micro-USB-Anschluss am Kopfhörer aufgeladen wird. Im Lieferumfang ist dazu ein orangenes Kabel enthalten, welches an einem Ende einen Micro-USB-Stecker hat und am anderen Ende einen normalen USB-Stecker. Der große USB-Stecker wird dann in den PC oder einen USB-Steckdosenadapter gesteckt. Wenn der Kopfhörer an den Strom angeschlossen wird, dann beginnt die LED an der Ladebuchse rot zu leuchten. Ist der Akku voll aufgeladen, dann erlischt diese LED. Der Kopfhörer kann per Bluetooth oder Klinkekabel mit einem Gerät verbunden werden. Wenn der Kopfhörer zum allerersten Mal eingeschaltet wird, dann begibt sich der Kopfhörer automatisch in den Pairing-Modus. Dass der Pairing-Modus aktiv ist, kann man in der blauen LED erkennen, welche nun blinkt. Nun muss Bluetooth in den Bluetooth-Einstellungen des Smartphones aktiviert werden und der Kopfhörer sollte unter dem Namen JBL E55BT in der Liste erscheinen. Jetzt muss der Name nur noch angetippt werden und dann ist der Kopfhörer mit dem Smartphone verbunden. Wenn ihr den Kopfhörer allerdings das nächste Mal mit einem Gerät per Bluetooth verbinden möchtet, dann müsst ihr den Kopfhörer zuerst einschalten und dann den Bluetooth-Knopf am Kopfhörer ca. 5 Sekunden drücken und halten. Auch dann beginnt die blaue LED wieder zu blinken. Alternativ kann der Kopfhörer aber auch per Klinkekabel verbunden werden. Dazu wird das Kabel aus dem Lieferumfang benötigt. Dieses Kabel hat zwei verschiedene große Stecker. Der kleinere der beiden kommt in den Klinkeanschluss des Kopfhörers und der zweite Stecker wird dann beispielsweise in den Klinkeanschluss an einem Smartphone gesteckt. An der rechten Ohrmuschel haben wir zuerst einmal den An- und Ausschalter. Um den Kopfhörer einzuschalten, wird dieser einfach kurz nach oben geschoben und losgelassen. Um den Kopfhörer wieder auszuschalten, wiederholen wir diesen Vorgang einfach. Beim Ein- und Ausschalten des Kopfhörers ertönt übrigens ein Ton in den Ohrmuscheln und außerdem leuchtet auch die LED. Als nächstes haben wir die Mediensteuerung mit drei Tasten. Die erste Taste verfügt über ein Plus-Symbol. Wie ihr wahrscheinlich schon erraten habt, erhöht diese Taste die Lautstärke. Wird diese Taste jedoch für drei Sekunden gedrückt gehalten, so springt der Musikplayer zum nächsten Lied. Mit der Taste in der Mitte kann ein laufendes Lied pausiert oder ein pausiertes Lied wieder abgespielt werden. Kurz gesagt, diese Taste hat die Play- und Pause-Funktion. Wenn ihr einen Anruf auf dem Smartphone erhaltet, dann kann dieser mit einem Druck auf die mittlere Taste angenommen werden und drückt ihr die mittlere Taste, wenn bereits der Anruf läuft, so legt ihr auf. Drückt und haltet ihr die mittlere Taste bei einem ankommenden Anruf für drei Sekunden, so lehnt ihr diesen ab. Die letzte Taste hat ein Minus-Symbol. Mit ihr kann die Lautstärke gesenkt werden. Wenn sie allerdings drei Sekunden gedrückt und gehalten wird, dann sollte der Musikplayer zum vorherigen Lied springen. Mein Android-Musikplayer hat einfach das aktuelle Lied von Anfang an neu gespielt und ist nicht zum nächsten Lied gesprungen. Unter der Mediensteuerung haben wir den bereits gezeigten 2,5 mm Klinkeanschluss und darunter befindet sich ein schwarzes Loch. Dieses schwarze Loch ist ein Mikrofon, welches zum Telefonieren genutzt werden kann. Zu guter Letzt haben wir noch eine ovale Taste, auf welcher das Bluetooth-Symbol abgebildet ist. Wie ich vorhin bereits erwähnt habe, kann der Kopfhörer über diese Taste in den Pairing-Modus versetzt werden. Im Klinkekabel befindet sich eine Fernbedienung bzw. besser gesagt ein Knopf. Wird dieser Knopf gedrückt, wenn ein Lied läuft, so pausiert dieses und wird er erneut gedrückt, so geht das Lied weiter. Um ein Lied vorzuspringen, muss der Knopf schnell zweimal hintereinander gedrückt werden. Wird er dreimal schnell gedrückt, so sollte ein Lied vorgesprungen werden. Das dreimal gedrückt hatte bei meinem Android-Player allerdings keinen Effekt. Wird dieser Knopf gedrückt, wenn ein Anruf ankommt, so wird dieser Anruf angenommen. Ich muss sagen, dass ich absolut kein Fan von Funktionen bin, bei welchen Tasten mehr als zweimal schnell gedrückt werden müssen. Dies gibt es allerdings oft, weil so Tasten eingespart werden können. Auf der Rückseite der Fernbedienung befindet sich ein schwarzer Punkt und auch hier ist dies ein Mikrofon, welches zum Telefonieren genutzt werden kann. Ich habe damit eine kleine Testaufnahme gemacht, die ich euch nun vorspiele. In der Fernbedienung befindet sich ein Mikrofon und über dieses Mikrofon hört er mich jetzt eben sprechen. Ich nehme das Mikrofon jetzt nochmal in die Hand und spreche dort direkt rein, sodass ihr jetzt hört, wie sich die Qualität verändert. Ich habe das Mikrofon jetzt in der Hand und hebe es quasi so perfekt positioniert vor meinen Mund. Und jetzt habt ihr das Mikrofon eben gehört und könnt euch eure eigene Meinung von der Mikrofonqualität machen. Der Tragekomfort. Der Kopfhörer wiegt ca. 225 Gramm und hat weiche Ohrmuscheln aus Kunstleder. Ich persönlich mag die Haptik dieses Kunstleders sehr. Die Ohrmuscheln passen sich dank der zwei flexiblen Gelenke sehr gut an die Kopfform an. Ein Gelenk passt sich horizontal an und das zweite vertikal. Die Innenfläche der Ohrmuscheln ist 6 cm hoch und 4 cm breit. Die Höhe des Polsters beträgt 2 cm und die Breite liegt bei ca. 1,5 cm. Der Kopfbügel ist höhenverstellbar und mit einem schönen Stoff überzogen. Eine aktive Polsterung ist jedoch nicht vorhanden. Ich habe den Kopfhörer einige Zeit getragen und finde ihn wirklich sehr bequem. Er sitzt bei mir gut und drückt nicht. Theoretisch könnte ich damit auch joggen gehen, was ich aber nicht empfehle, da der Stoff oben am Kopfbügel den Schweiß aufnehmen würde und man diesen nicht einfach reinigen kann. Bei ruckartigen Bewegungen wie Hüpfen oder abruptem Abbremsen verrutscht der Kopfhörer bei mir. Den Tragekomfort insgesamt bewerte ich mit sehr gut. Die Verarbeitungsqualität. Ich finde die Verarbeitungsqualität gut und finde, dass diese auf dem Niveau des Sony ZX770BN liegt. Die Kopfbügel sind metallverstärkt und alles wirkt solide verarbeitet. Der Kopfhörer kann an zwei Gelenken zusammengefaltet werden. Die Gelenke sind zum Teil aus Metall und zum Teil aus Kunststoff. Ich blende dazu einige Bilder ein, damit ihr euch euer eigenes Bild davon machen könnt. Der metallverstärkte Kopfbügel geht quasi nahtlos in das Gelenk über und am Gelenk ist die Ohrmuschel mit einem Metallbolzen befestigt. Der Teil des Gelenks an der Ohrmuschel ist dabei aus Kunststoff. Die Tonqualität. Der Klang des GBL E55T ist meiner Meinung nach besser als der des Sony ZX770BN. Der Bass des Kopfhörers ist gut und auch die Mitten und Höhen sind klar. Für mich persönlich klingt der Kopfhörer sehr ausgewogen und ich bewerte die Tonqualität für diese Preisklasse deswegen mit der Note 1,5. Mein Fazit. Ich persönlich bevorzuge den JBL E55BT gegenüber dem Sony ZX770BN, den ich ja vor einigen Tagen auf diesem Kanal getestet habe. Der JBL klingt meinem Empfinden nach einfach um einiges besser und kostet sogar etwas weniger. Ich habe für den JBL 110 Euro bezahlt, was ca. 20 Euro weniger sind als für den Sony Kopfhörer. Der JBL Kopfhörer kann per Bluetooth oder Kabel verbunden werden, wobei der Kabelbetrieb wie immer keinen Akku benötigt. Wie bei vielen anderen Bluetooth Kopfhörern auch, ist es möglich, den Kopfhörer gleichzeitig mit zwei Smartphones zu verbinden. Der Tragekomfort des JBL ist wirklich sehr gut und auch das Design gefällt mir persönlich wirklich gut. Der wichtigste Unterschied zwischen dem JBL und dem Sony Kopfhörer war definitiv die Tonqualität. Ich finde, dass der JBL viel ausgeglichener klingt, ohne dass eine Frequenz dabei dominiert. Für diese Preisklasse bewerte ich den JBL Kopfhörer mit der Gesamtnote 1,5. Wie immer ist dieses Video Teil eines Testartikels, in dem es weitere Informationen gibt. Das war mein Testbericht. Alle Links findet ihr wie immer in der Videobeschreibung und wir sehen uns im nächsten Video. Das war mein Testbericht.